Hallo Leute, in dem heutigen Video werdet ihr einige der besten batteriebetriebenen Hochdruckreiniger auf dem Markt kennenlernen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Kundenzufriedenheit kombiniert. Mehr Informationen findet ihr in der Beschreibungsbox unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als erster eher über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 4 haben wir den tragbaren Hochdruckreiniger für Autos. Der tragbare Hochdruckreiniger von Ilkir ist die ultimative Lösung für müheloses Reinigen von Autos und Gärten. Dieses kabellose elektrische Reinigungsgerät bietet beeindruckende 580 PSI Hochdruckleistung und ermöglicht gründliche und effiziente Reinigung ohne Steckdosenabhängigkeit. Mit einem leistungsstarken 4.0 Ampere Stunden Akku bietet der Ilkir Hochdruckreiniger hohe Mobilität und Flexibilität während des Reinigungsprozesses. Ihr könnt euer Auto, Fahrräder, Gartenmöbel, Terrassen und mehr gründlich reinigen, ohne lästige Kabelverbindungen. Eine der herausragenden Vorteile dieses Hochdruckreinigers ist seine dreistufig einstellbare Druckfunktion. Je nach Oberflächenart und Verschmutzung könnt ihr den Druck anpassen, um sowohl sanfte als auch hartnäckige Verschmutzungen wirkungsvoll zu entfernen. Dies macht den Ilkir Hochdruckreiniger ideal für empfindliche Oberflächen wie Lackierungen und Fenster sowie für hartnäckige Schmutzablagerungen auf Beton oder anderen festen Oberflächen. Der Hochdruckreiniger wird mit einem praktischen Ladegerät geliefert, das den 4.0 Ampere Stunden Akku schnell und effizient auflädt, damit ihr jederzeit bereit seid, mit der Reinigung zu beginnen. Die einfache Bedienung und das ergonomische Design machen die Handhabung des Geräts mühelos und benutzerfreundlich. Auf Platz 3 haben wir den Akku Hochdruckreiniger mit 6 in 1 Multi Sprühdiese. Dieser Hochdruckreiniger bietet die nötige Power und Flexibilität, um Autos gründlich zu waschen, Teppiche zu reinigen oder den Garten zu bewässern. Egal, ob ihr hartnäckigen Schmutz von eurem Auto entfernen müsst oder den Rasen bewässern wollt, dieser Hochdruckreiniger liefert zuverlässige Leistung. Das verbesserte Design dieses Hochdruckreinigers wird durch die mitgelieferte 6 in 1 Multi Sprühdiese und den Schaumkrug optimiert. Die verschiedenen Sprühmodi ermöglichen es euch, den Wasserstrahl je nach Bedarf anzupassen, von einem konzentrierten Strahl für hartnäckige Verschmutzungen bis hin zu einem breiten Sprühnebel für die Bewässerung von Pflanzen. Der Schaumkrug ermöglicht das Auftragen von Reinigungsmitteln und bietet zusätzliche Reinigungskraft für besonders schmutzige Oberflächen. Das kabellose Design des Hochdruckreinigers ermöglicht maximale Mobilität und Flexibilität. Der leistungsstarke 18 Volt Akku sorgt für ausreichende Laufzeit, um verschiedene Reinigungsaufgaben in einem Arbeitsgang zu bewältigen. Dank des kompakten und tragbaren Designs könnt ihr diesen Hochdruckreiniger problemlos überall hin mitnehmen, sei es in den Garten, die Garage oder auf Reisen. Auf Platz 2 haben wir den WORX 18 Volt, 20 Volt Max, Akkumobiler Hochdruckreiniger. Der WORX HydroShot WG620E.4 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Reinigungsgerät, das Mobilität und Effizienz vereint. Mit diesem Hochdruckreiniger könnt ihr mühelos verschiedene Reinigungsaufgaben im Innen- und Außenbereich bewältigen, ohne an eine Steckdose oder einen Wasseranschluss gebunden zu sein. Dank des kompakten Designs und des leistungsstarken 18 Volt, 20 Volt Max, Akkus bietet der HydroShot maximale Bewegungsfreiheit. Ihr könnt euer Auto waschen, Terrassen reinigen, Gartenmöbel säubern oder den Rasen bewässern, egal wo ihr euch befindet. Der mitgelieferte 6 Meter lange Schlauch ermöglicht es euch, auch schwer erreichbare Stellen problemlos zu reinigen. Dieser Hochdruckreiniger wird mit einer Multisprühdese geliefert, die verschiedene Sprühmodi bietet, von einem konzentrierten Strahl für hartnäckigen Schmutz bis hin zu einem breiten Sprühnebel für die Bewässerung von Pflanzen. Die lange Lanze sorgt für zusätzliche Reichweite und erleichtert die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Der HydroShot WG620E.4 ist mit einem 2,0 Ampere Stunden Akku ausgestattet, der Teil des Works PowerShare Systems ist. Das bedeutet, dass ihr denselben Akku für verschiedene Works Geräte verwenden könnt, was nicht nur praktisch ist, sondern auch Geld spart. Der Schnelllader ermöglicht es euch, den Akku schnell aufzuladen, damit ihr schnell wieder mit eurer Reinigungsarbeit weitermachen könnt. Auf Platz anhaben wir den Akku Hochdruckreiniger. 12 Bar Mini Hochdruckreiniger. Dieses handliche und leistungsstarke Reinigungsgerät wurde speziell für Mobilität und Vielseitigkeit entwickelt. Mit seinem kompakten Design und seiner kabellosen Funktionalität ermöglicht er euch mühelose Reinigung in verschiedenen Situationen. Mit einem beeindruckenden Druck von 12 Bar ist dieser Mini Hochdruckreiniger perfekt für die Autowäsche, Bodenreinigung, allgemeine Reinigungsaufgaben und sogar Blumenbewässerung geeignet. Er bietet die Idealbalance zwischen Kraft und Präzision, um hartnäckigen Schmutz von verschiedenen Oberflächen zu entfernen und gleichzeitig empfindliche Bereiche zu schonen. Die 180 Grad verstellbare Düse ermöglicht es euch, den Wasserstrahl je nach Bedarf anzupassen, sei es ein konzentrierter Strahl für hartnäckige Verschmutzungen oder ein breiter Sprühnebel für die Bewässerung von Pflanzen. Diese Anpassungsfähigkeit macht den Hochdruckreiniger zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene Reinigungsaufgaben im Innen- und Außenbereich. Der Hochdruckreiniger wird mit einer leistungsstarken 1500 mAh Batterie geliefert, die ausreichend Energie für verschiedene Reinigungsaufgaben bietet. Der 5 Meter lange Schlauch gibt euch ausreichend Bewegungsfreiheit, um verschiedene Bereiche zu erreichen, ohne dass ihr ständig den Standort wechseln müsst.